So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen und ich habe mal wieder was ganz besonderes vorbereitet, da ich so gerne leidenschaftlicher Samyang-Fan bin und letztens beim Einkaufen direkt in der Kassengegend diese Dose Kidneybohnen stand von Ja. Ja, Kidneybohnen, rot. Warum heißen die Kidneybohnen? Weil die aussehen wie Nieren und Niere heißt auf Englisch Kidney. Nee, das ist eigentlich die ganze Erklärung, da sind die Nierenbohnen rot in so Brühe drin. Und dann dachte ich mir, es gibt doch von Samyang diese Sorte, diese grünen, die in brauner Soße sind, diese Jiyajang, Samyang Jiyajang Hot Chicken Flavor Ramen mit Korean Black Bean Sauce, also die halt koreanische schwarze Bohnensoße, da passen doch Bohnen dazu. Und dann dachte ich, es ist irgendwie trotzdem sinnlos, weil die schmecken ja dann schon nach Bohnen, mit Bohnensoße eigentlich, müsstest du eine ganz andere Sorte machen und dazu die Bohnen. Dann habe ich gedacht, machst du vielleicht eine Sorte Bulldog Cheese und da packst du die Bohnen ran. Dann hast du Käsebohnen, das ist doch so genial. Und dann dachte ich, so eine ganze Dose ist zu viel für einen so eine Packung Samyang. Und wenn ich mir in letzter Zeit Nudeln mache, mache ich mir sowieso immer zwei Packungen Samyang, meistens zweimal Cheese, ein bisschen Krautsalat dazu oder so. Und wenn ich mich nicht entscheiden kann, machen wir heute einfach die Schwarzbohnenpasten Samyang mit Käse und eine Packung Kidney Bohnen und das möchte ich jetzt vorbereiten, aber erstmal die Samyang Nudeln ins Wasser. Hier hinten habe ich jetzt ein Liter Wasser drin, der jetzt im Prinzip kochen soll. Gleichzeitig mache ich mal hier die Mia-Yang Samyang auf. Die packe ich nämlich schön in so einen Topf rein. Alles was daneben fliegt, darf der Adi essen. Dann nehmen wir mal die Soße raus, brechen die hier richtig so durch, dass die in den Topf passen, hauen die Käsepackung hinterher, tun auch wieder die Tütchen raus. Mit der Soße, Adi Schatz, der Adi ist ein Samyang Feinschmecker. Jetzt warten wir bis das Wasser kocht, schmeißen das da drauf, hauen die Soßen dann drüber, nachdem wir das Wasser abgegossen haben. Ich glaube das hier ist sowieso so Gemüsezeug, was du eigentlich jetzt schon drauf machen kannst, dass das mit dem kochenden Wasser dann auch ein bisschen aufweicht und du dann nur noch die labbrigen Nudeln hast mit dem gekochten Gemüse und abgetropft kommen dann die Soßen drauf. So, Wasser ist fertig, kippen wir jetzt hier drüber. Ein Liter kochendes Wasser, das geht mega schnell. Ich weiß nicht, wieso ich früher das Wasser in den Topf habe, habe das auf den Ofen gestellt, gewartet bis das gekocht hat und dann die Nudeln dazugegeben. Einfach das kochende Wasser direkt aus dem Wasserkocher drauf und dann werden die Nudeln auch relativ schnell weich. Also einmal Nudeln raus, Wasser abgießen, Wasser ein bisschen abtropfen lassen, damit nur noch acht Löffel Wasser zurückbleiben an den Nudeln. Das kannst du alles schön mit Augenmaß machen. Richtig genial. So, acht Löffel sind noch drin. Jetzt köcheln das aber nicht, weil mir das komplett egal ist. Ich möchte bitte schön Fettsauce an den Nudeln haben. So, dann packen wir natürlich die Tütchen drauf mit der Soße. Ein Tütchen. Das hier ist das von den Käsenudeln. Jetzt könnt ihr ja mal schauen, ob ihr einen Unterschied seht, ob das hier heller ist und flüssiger und ob das hier breiiger ist und dunkler. Es sieht auf jeden Fall dunkler aus. Es ist auch viel fester. Das ist halt richtig wie Pflaumenmus. Das ist die schwarze, koreanische Bohnenpaste. Deswegen lässt man ja auch ein bisschen Wasser zurück, gerade bei denen. Und, ja, das ist mir dann aber zu viel Suppe. Ich schmeiß mir das alles so rein. Dann mache ich das alles ein bisschen hier rum. Dann schmeckt es einfach so, wie ich es gern habe. Dann nicht so, wie es sein soll. Ihr müsst selbst immer rausfinden, wie euch was am besten schmeckt. Jeder isst eine Pizza anders. Eine Pizza anders. Der eine mag die, wenn der Käse gerade anfängt zu verlaufen. Der andere, da ist der Käse schon, ist gar nicht mehr da. Bei dem einen ist die noch ein bisschen labbrig. Beim nächsten ist die knüppelhart und total trocken. Jeder macht die anders. Jeder, ja gut, du redest von Tiefkühlpizza, da kannst du eh nichts sagen. Jetzt haben wir hier so eine richtig brutale Mistmatenbrühe. Da packe ich jetzt das Käsepulver drauf von den Käsenudeln. Sodass wir hier noch eine schöne Käsenude haben. Und jetzt die Bohnen. Die Bohnen sind kalt. Die mache ich nicht warm. Die lasse ich einfach jetzt hier drin. Und kipp die einfach oben drüber. So, ein Topf für die ganze Familie. Guckt mal hier rein, wie abartig das aussieht. Und so schmeckt es auch, stimmt. Ich mache die Bohnen rauskratzen. Mit der rohen Lebensmittelfarbe. So, das dann alles verteilen. Das würde ich normalerweise jetzt hier auch aus diesem Topf essen. Weil man den Topf einfach am besten sauber machen kann. Aber damit ihr das besser seht, schmeiße ich das Ganze wahrscheinlich gleich in eine Schüssel. Wer hat es dann aus der Schüssel essen? Das ist mir gerade eingefallen. Ich wollte es nämlich eigentlich auf den Teller machen, aber das ist so viel. Ich habe mir noch extra eine Schüssel gekauft. Wir füllen das gleich in die Schüssel. So, wir haben jetzt diese Glasschüssel. Eigentlich habe ich mir die ja genau mal für solche Experimente gekauft, um sowas da rein zu machen. Das ist jetzt unser Samyang Madentopf. Ach, Bohnentopf. Wir schmeißen den jetzt einfach hier rein. Kratzen den Rest schön mit der Gabel raus. Damit sich auch jeder aufregt, dass man in den Edelstahltopf nicht rumkratzt. Und jetzt haben wir hoffentlich einen super genialen Samyang Black Korean Bean Cheese Eintopf. Oder wie auch immer wir das nennen wollen. Da sind jetzt die roten Bohnen drin. Zu der schwarzen Bohnensoße den Käse Samyang, den Yiyayang Samyang. Also, es ist wie ein Zungenbrecher. Wir nehmen eine Gabel, schieben uns die mal rein und gucken mal, wie das schmeckt. Ich brauche noch eine mit viel schwarzer koreanischer Bohnensoße dran. Also, merke ich, sie sind nicht so scharf wie sonst. Weil das ganze wässrige rote Bohnenwasser hat einfach die Schärfe ein bisschen mit weggenommen. Ist immer noch würzig, aber nicht so scharf wie sonst. Leider isst du halt theoretisch die Nudeln ganz alleine. Und die ganzen Bohnen bleiben zurück. Außer du nimmst zwischendurch mal eine Gabel, wo nur Bohnen drauf sind. Ja, die Bohnen sind ein bisschen sämig. Der Käsegeschmack ist leider auch irgendwie komplett weg. Also, habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Vor allem, dass man es auch besser essen kann. Aber egal, was ich hochnehme, ich habe natürlich dann nur die Nudeln. Vielleicht müsste man die Bohnen mit einem Löffel extra dazu essen. Und ihr seht ja hier am Rand, die ganzen Bohnen bleiben übrig und liegen einfach nur noch in der Ecke. Man kann es auf jeden Fall essen. Man kann es auf jeden Fall essen. Aber dann würde ich mir doch lieber zweimal Cheese machen mit ein bisschen Krautsalat dazu für die Frische. Und naja, Bohnen waren trotzdem ein bisschen kleiner Fail. Was kennt ihr noch für Varianten? Welche Vorschläge habt ihr? Wie kann man die Samyang noch essen? Eine Samyang Lasagne oder einen Samyang Nudelauflauf, habe ich schon gelesen. Wäre auf jeden Fall auch eine Option. Aber das fand ich interessant. Und jetzt wisst ihr, dass ihr das nicht machen braucht. Weil das nichts ist. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.